es wurde eine nahrungsmittel vergiftung gemeldet versorgen sie das opfer und transportieren sie es ab fahrzeug 17 hört verstanden eigentlich an der rechten fahrzeug 34 34 fahrzeug 35 hört verstanden fahrzeug 22 hört fahrzeug 6 hört es ist wunderschön dass wir die einparken können die person fahrzeug 21 fahrzeug 17 hört die fahrzeug zu tragen haus die von den patienten ab das ist interessant die fahr mal richtig ran okay das ist tatsächlich mal sehr interessant fahrzeug 35 hört fahrzeug 34 hört fahrzeug 34 hört ende brandausbruch durch ein defektes elektrisches gerät kümmern sie sich um die brände fahrzeug 34 hört das ist ja mal elektrisches gerät ne wird gemacht Ende fahrzeug 11 hört ist zu Ende fahrzeug 11 hört fahrzeug 11 hört fahrzeug 11 hört fahrzeug 12 24 hört fahrzeug 11话 fahrzeug 12 hört fahrzeug 12 hört 12 0 5 fahrzeug vier hört so schnell geht das hier fahrzeug 28 hört ende fahrzeug 14 hört so jetzt warten wir auf den nächsten einsatz wenn euch die mod gefällt logischerweise auch reinschreiben weil sonst kommt die mob nicht mehr die mods kommen nur dann wenn ihr euch fahrzeug 30 hört wer jetzt auch reinschreibt sonst achtung brandstiftung im einsatzgebiet verhaften sie den brandstifter und transportieren sie ihn ab löschen sie alle brände fahrzeug 25 hört fahrzeug sechs hört jawohl das wird vielleicht fahrzeug vier hört ich schicke mal vorsichtshalber fahrzeug 7 hört ok fahrzeug 7 hört ok fahrzeug 7 hört fahrzeug 7 hört fahrzeug 6 hört jawohl fahrzeug 6 hört fahrzeug 6 hört 10 Ende AzoX, okay, hört! AzoX, hört! AzoX, okay, hört! AzoX, okay, hört! AzoX, hört! AzoX, okay, 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 hört! Irox, okay, hört! Irox, okay, hört! Aussteigen bestätigt. Ende. No problem. Fahrzeug 6 hört. Ende. Fahrzeug 40 hört. Fahrzeug 43 hört. Fahrzeug 41 hört. Ende. Fahrzeug 40 hört. Fahrzeug kehrt zu einem. Fahrzeug 42 hört. Ende. Fahrzeug 32 hört. Fahrzeug 35 hört. Fahrzeug kehrt zurück zur Basis. Fahrzeug 40 hört. Fahrzeug 41 hört. Fahrzeug 19 hört. Ende. Fahrzeug 21 hört. Ende. Fahrzeug 10 hört. Jawohl. Ende. So, ich schicke hier. Äh, hier ein hin, weil er springen möchte. Fahrzeug 14 hört. Fahrzeug 40 hört. Ende. Fahrzeug 32 hört. Ende. Das wollen wir natürlich verhindern, dass einer runterspringt. Tollwut-Alarm. Schalten Sie das infizierte Tier aus. Verhindern Sie eine Ausbreitung der Tollwut. Und behandeln Sie alle Opfer und transportieren Sie sie ab. Almost there. Fahrzeug 27 hört. Okay. Ende. Fahrzeug 10 hört. It's done. Roger. Aussteigen bestätigt. Eine Person hatte einen Schlaganfall. Sofort behandeln und abtransportieren. Roger. Almost there. 10-4. Coffee. It's okay. Almost there. Fahrzeug 27 hört. Hälten wir den Einsatz auf. Ende. So, hier ist die Person runtergesprungen. Jetzt kommen wir wieder ein. It's done. Medizinischer Notfall. Ein Kreislaufversagen wurde gemeldet. Versorgen Sie das Opfer und transportieren Sie es ab. Fahrzeug 21 hört. Verstanden. Ende. Roger. Coffee. Jetzt ist ein Trage da raus. It's done. Dann nehmen wir den Nutz. Fahrzeug 17 hört. Es ist endet. So, hier ist der Wagen reinladen. Fahrzeug 19 hört. Ende. Fahrzeug 20 hört. Verstanden. Ende. Fahrzeug 20 hört. Aussteigen bestätigt. Roger. Fahrzeug 21 hört. Okay. Jawohl. Aussteigen bestätigt. So, da verarzt man den noch. Hier oben jetzt hat uns Wagen auf eingetrocknet. Fahrzeug 17 hört. Amokläufer im Einsatzgebiet. Fahrzeug 17 hört. Festnehmen oder ausschalten und abtransportieren. Und kümmern Sie sich um alle Opfer. Almost there. Roger. Fahrzeug 23 hört. Jawohl. Fahrzeug 23 hört. Also, wir sind mal fortan echt, ne? Almost there. Fahrzeug 21 hört. Fahrzeug 20 hört. Dieser Motifor 21 echt. Ende. Fahrzeug 21 verstanden. Fahrzeug 17 hört. Fahrzeug 10 hört. Verstanden. Fahrzeug 5 hört. Ende. Fahrzeug 21 hört. Steigen bestätigt. Roger. Sert will be in 5. I'm 1097 in the area. Fahrzeug 21 hört. Fahrzeug 5 hört. Almost there. It's done. It's okay. Nur falls die Autos besser anfangen, anfängt auch zu brennen, war es mir nicht. Medizinischer Notfall. Eine Person ist gestürzt und hat sich leider verletzt. Versorgung und abtransportieren. Fahrzeug 35 hört. Yes. Almost there. Fahrzeug 10 hört. 10 for. Roger. Fahrzeug 29 hört. Jawohl. Verstanden. So. Kaffee. Fahrzeug 29 hört. Kaffee. Kaffee. Die letzte Person droht von einem Gebäude zu springen. Retten Sie sie. It's done. Fahrzeug 24. Aussteigen bestätigt. Yes. Kaffee. Fahrzeug 20 hört. Aussteigen bestätigt. Fahrzeug 16 hört. Jawohl. So, der hier muss jetzt auch weiter direkt. It's done. So, das ist mal gefehlte Person. Fahrzeug 10 hört. Die von einem Gebäude springen möchte. Okay. Ende. Wie sieht es eigentlich hier oben aus? 10 for. Yes. Die ist transportfähig, die Person. Da können wir jetzt eine Trage holen, die ihr mitnehmen. Fahrzeug 16 hört. Almost there. Roger. Roger. Achtung, es wurde ein Gewaltverbrechen gemeldet. Verhaften Sie den Täter und transportieren Sie ihn ab. Versorgen Sie alle Opfer und transportieren Sie sie ab. Fahrzeug 31 hört. Fahrzeug 33 hört. Ende. Fahrzeug 32 hört. Fahrzeug 31 hört. Ende. Fahrzeug 20 hört. It's okay. Fahrzeug 31 hört. Gut gemacht. Almost there. Almost there. Almost there. Falzeug 32 hört. I don't know if you're killed. Almost there. Almost there. Almost there. Almost there. Copy. fahrzeug 31 hört ende fahrzeug zehn hört roger fahrzeug 18 hört fahrzeug 18 hört fahrzeug 18 hört ok fahrzeug 16 fahrzeug 19 hört fahrzeug 18 fahrzeug 20 hört fahrzeug 21 hört fahrzeug 5 hört ende fahrzeug 21 hört fahrzeug 19 10 51 fahrzeug 15 hört fahrzeug 19 10 51 Roger Almost there Fahrzeug 29 hört Fahrzeug 35 hört Fahrzeug 24 hört Fahrzeug 19 hört Ende Fahrzeug 20 hört Aussteig bestätigt Roger Sooo 10-4 Okay, jetzt auch schon transportfähig Die Person jetzt hier oben It's done Ich weiß nicht, dass irgendwelche Verletzte, okay It's done Fahrzeug 10 hört Rettungswagen da Fahrzeug 17 hört Fahrzeug 17 hört Verstanden Ende Fahrzeug 21 hört Fahrzeug 21 hört Zur Basis It's okay Person müssen wir auch aufnehmen 10-4 10-4 10-4 10-4 10-4 Das war Fahrzeug 20 hört So, Roger, haben wir die Lifeline ein. Geist 19, höre, Leipzig, Fahrzeug 20, umhören. Seitdem wir bereit anzunehmen, die Service endet. Tick, Fahrzeug 18, höre, Fahrzeug 18, höre, Ende. Fahrzeug 17, höre, Verstand, Ende, Fahrzeug 18, Ende, Fahrzeug 20, Höre, Ende. Brandausbruch durch unsachgemäßes Zünden eines Feuerwerkskörpers, lösen Sie in Perle. Jawohl, Ende. Nein, jawohl. Nein. Glippeinschlag. Prüfen Sie, ob Personen verletzt wurden oder Brände ausgebrochen sind und kümmern Sie sich darum. Steigende. Fahrzeug 5, höre, Ende. Fahrzeug 6, höre, Ende. Geist 21, fertig, 45, höre. Aussteigen bestätigt. accumulation. Fahrzeug 44, höre, zurück zur Basis. Fahrzeug 17, hört. Ende. Ende. Brandausbruch durch ein defektes elektrisches Gerät. Kümmern Sie sich um die Brändle. Fahrzeug 4 hört. Fahrzeug 4 hört. Verstanden. Ende. Fahrzeug 6 hört. Ende. So. Fahrzeug 4 hört. Fahrzeug 6 hört. Fahrzeug 3 ist lange standen. Fahrzeug 6 hört. Fahrzeug 3 ist lange standen. Jetzt dann. Ende. So. Wir sagen, wir sollten das System verabschieden für euch. Bis zum nächsten Mal. Tschö. Achtung, Verkehrsunfall. Versorgen Sie alle Opfer und transportieren Sie.